Epilog Revenge Die Sonne ist schon fast hinter dem Horizont verschwunden, als ich langsam wieder ganz zu mir komme. Die Erinnerungen schmerzen, lassen mich leer und kalt zurück. Ich könnte erfrieren, würde ich nur lange genug hier draußen bleiben. Hier verweilen und mich von meinen Erinnerungen überschwemmen lassen. Vor einigen Wochen hätte ich noch sterben wollen. Ob qualvoll oder schnell, war dabei gleich. Doch nun? Nun trieb sie mich unbarmherzig voran, lässt mich nicht mehr zur Ruhe kommen. Weder bei Tag noch bei Nacht. Die Ungewissheit. Ich schrieße meine Augen, hole das zerknitterte Stück Pergament aus meiner Tasche. Meine Hände zittern, als ich es ihnen entfalte. Meine Augen füllen sich mit Tränen, als ich es zu lesen beginne. Obwohl ich jedes Wort schon kenne, befürchtet und erhofft hatte. Die Schrift wirkte so vertraut, auch wenn sie gradliniger ist, als die Seine es war. Oder vielleicht auch noch ist. Die Wortwahl, der Ausdruck, die Kälte, wenn auch seine Worte stets wärmer gewesen waren. Es war verblüffend, beängstigend, schmerzend, denn es brachte mich zum Erinnern. Ich hatte so sehr versucht zu vergessen. Doch dann kamen die Gerüchte über den schönen, stolzen Engel, der Dagde Weiß. Grausam und unbarmherzig, wie er sein soll, nannten sie ihn schnell den Engel des Todes. Dennoch zweifelte ich, aus vielerlei Gründen, bis zu diesen Worten. Sie verwirrten mich, wo sie doch nur bestätigten, was ich befürchtete, erhoffte, ersehnte. Wenn er also nicht tot ist, was ist er dann? Gebrochen? Verloren? Meine Augen schließen sich, sperren das vergehende Tageslicht aus. Vor meinem inneren Auge bildet sich ein Bild, das Bild meines Drachen. Mag er auch vergangen sein, so ist er nicht vergessen. Mein Drache wollte fliegen, und ich werde ihn finden, und ich schwöre bei Gott. Er wird fliegen. Ich werde sie alle finden. Ich werde nicht eher aufgeben, bis ich jeden Einzelnen gefunden habe, bis ich Rache geübt habe, dafür, dass mein Drache zerbrach. Dass man ihm die Freiheit nahm, so wie man sie mir nahm, wie man mir meine Seele und mein Herz nahm. Mein Wasser zum Leben. Zarkhaft wende ich die goldene Münze in meinen Händen. So lange ist es her, doch ich spüre deutlich die noch vorhandene Magie. Der Potschlüssel ist also immer noch aktiv. Mein innerstes Schreit will mich dazu bringen, ihn zu benutzen, doch ich zögere. Mögen sie mir auch mein Wasser zum Leben genommen haben, so werde ich durchhalten. Werde leben, suchen, warten, bis meine Zeit gekommen ist, und dann werde ich ihn finden und einen Weg für uns. Denn ich gebe nicht auf, so erbarmungslos die Sonne auch sein mag. Denn ich bin die eine, die einzige, geboren, eine grausame, falsche Welt, wie eine Laune der Natur, doch ich werde stark genug sein. Für ihn. Denn ich bin seine Rose. Seine Wüstenrose. Ich bin die Untertitelung. Das ist Schreitbar. Denn ich bin die